Die spielen ja wie in einem Western, furchtbar. Ja, viel zu hart, übertriebene Herste. Bei seinen Freistößen müssen wir immer ganz genau hinschauen. Da wissen wir, das gehört zu den Stärken dieses Spiels. Und wie immer gibt es hier die Wiederholung des Treffers. Und jetzt kann man es nochmal ganz deutlich sehen, bei diesem Freistoß hat der Keeper kaum eine Chance. Unglaublich. Besonders natürlich noch in der Wiederholung. Für solche Momente, da lieben wir den Fußball. Untertitelung des ZDF, 2020